Moin Moin ihr Taster! Frohe Weihnachten! Heute ist es geschafft! Das letzte Video, nicht in diesem Jahr, sondern nämlich zu Weihnachten! Heute ist nämlich Heiligabend und ihr habt heute die Chance, richtig geile Preise abzustauben. Es hat in den letzten Tagen nicht geklappt bei den restlichen. Aber es ist natürlich egal, wird heute alles rausgeschmissen. Au, au, au! Bevor wir jetzt hier weitermachen, versucht doch nochmal auf den Abo-Button zu klicken und auf die Glocke, dann verpasst ihr hier keinen geilen Scheiß mehr. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, was könnt ihr heute gewinnen. Es sind nämlich heute zwei Pakete am Start und ihr dürft noch mitmachen bis zum 30.12. Natürlich bei den anderen Sachen dürft ihr auch mitmachen noch. Also ihr habt bis zum 30.12.23.59 Zeit. Hier bei diesen ganzen Gewinnspielen mitzumachen. Erst auch nochmal vielen Dank an die ganzen Sponsoren. Hier heute im Fokus Panini und natürlich erstmal Paramount Pictures. Ja, da sag ich euch mal, was ihr beim zweiten Preis gewinnen könnt. Nämlich dieses geile Paket hier. Inhalten ist auf jeden Fall ein Selfie-Stick. Ein Vorsatz-Linsen-Set von Kool für euer Smartphone. Bonsortes Paket von Paramount Pictures zu dem Bumblebee-Film, der jetzt hier gerade vor kurzem angelaufen ist. Da könnt ihr nämlich einen Rubik's Würfel gewinnen. Eine Bluetooth-Box im Design eines Mixtapes. Bumblebee. Und ein Retro-Shirt in Größe L mit Bumblebee drauf. Zudem ein cooles großes Paket von Panini. Das könnt ihr auch gewinnen. Unter anderem dabei einmal ein Mickey Mouse Storybook. Ein cooles Starter-Set zu Jurassic World, das gefallene Königreich. 10€ Wert mit Trading-Cards und weiter. Ein Starter-Set zu Fantastische Tierwesen-Grindelwald-Zerbrechen mit einem Wert von über 40€. Ja, aber das war es jetzt aber noch nicht gewesen. Es kommt nämlich der coole fette Kaufpreis. Ihr wisst ja, an anderen Sachen waren ja schon coole Sachen drin. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz geile Sache hier auf diesem Heiligabend. Und ja, lasst euch mal ein bisschen reich geschenken. Von mir und natürlich auch die ganzen Sponsoren. Und das ist nämlich das hier. Ein kleines Filmpaket-Giveaway, sage ich immer in der Art. Mit einem Catwoman-Plüschi. Und einen Solo-A Star Wars Story-Becher. Und einen Armband. Und auch hier mit einem fetten Panini-Preis. Im Februar wird ja Dragons anlaufen. Also die Drachenzähne leicht gemacht, Teil 3. Und da könnt ihr euch erstmal schon ein bisschen in den Hypetrain aufsteigen. Und mit Dragons. Nämlich die Chroniken. Das ist doch seit, glaube ich, ein paar Monaten, zwei Monaten ist die, glaube ich, raus bei Panini. Könnt ihr dann halt euch da jetzt euer Leben mit Vollstickern. Ja, aber das ist noch nicht alles. Dann könnt ihr nämlich da noch dazu in diesem Paket zu Mickey Mouse. Auch nochmal da schöne Sachen reinstickern. Wenn ihr ein Mickey Mouse Fan seid, auf jeden Fall eine coole Sache. Da gibt es echt schöne Sachen hier drin, die ihr euch angucken könnt. Und ja, wie ihr sehen könnt. Hier wollt ihr auch nochmal auch hier Grindelwalds Verbrechen anfangen. Da habt ihr auch noch die Möglichkeit mit so einen nicht-bistickerten Sticker-Zeitung. Zudem könnt ihr auch nochmal die unglaublichen Zwei-Bistickern. Und ihr habt hier nochmal ein Trading Card Set. Auch einmal zu Jurassic World 2. Das Gefühl. Das Gefühl. Das gefallene Königreich. Ja. Das meint ihr, das war's gewesen? Nein. Ihr habt noch die Möglichkeit, eine Soundbar zu gewinnen. Das Ganze könnt ihr natürlich als Einziger gewinnen hier auf diesem Kanal. Und das ist eine mobile Soundbar. Die einen. Fine Music for High Quality Enjoyment. Remote Control. Oaks Cable. TF Card. Sound Effect. Calling. Power. Alles mögliche. Also ihr merkt schon. Hier könnt ihr eine coole Soundbar am Wert von 50 Euro gewinnen. Die könnt ihr mit überall hinnehmen. Die könnt ihr an die Playstation hängen und keine Ahnung was. Also. Schauen. Bam. Und. Frohe Weihnachten. Auch noch einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht sehen. Aber es wird hier noch einiges kommen. Noch viel Nerd Taste. Ja, deswegenwould ich es aber ganz gut öffert, dass die números bechęnt, Ich kann man ja so mañana rausken. Toussaint, auf dem Paarther.